dass jetzt eine Aufzeichnung losgeht. Einmal kurz auf Verstanden klicken und dann können wir damit anfangen. Es wäre uns ganz lieb, wenn Sie Ihre Fragen sammeln würden. Dafür gibt es auch unten in der Leiste sozusagen diese Chat-Funktion. Bitte dort in den Chat einfach die Fragen reinschreiben. Wir werden die sammeln und dann im Anschluss diskutieren. Wir werden also am Ende so circa 10 Minuten Zeit haben, um gemeinsam Fragen noch zu diskutieren. Von daher wäre das schön, wenn Sie erst die Referenten sprechen lassen würden. Und damit genug der Vorrede, würde ich sagen, geht es los. Und ich übergebe das Wort an Dirk Engel, der den ersten Teil hat. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier mit dabei sein darf und ein bisschen was erzähle grundsätzlich über das Thema Brand Tracking. Ein Klassiker, nicht nur der Werbeforschung, überhaupt der Marktforschung. Für viele manchmal ein bisschen oldschool und altmodisch. Aber warum es wichtig ist, warum es wertvoll ist, werden wir gleich besprechen. Ja, denn meine Frage an Sie, wann messen Sie Fieber? Ja, die meisten von uns messen dann Fieber, wenn sie das Gefühl haben, dass sie Fieber haben. Ja, und das ist eigentlich schon zu spät. Ja, weil dann haben Sie vielleicht schon, sind Sie schon krank, sind schon Sitzen im Büro, haben Leute angesteckt. Ja, eigentlich sollten Sie jeden Tag Fieber messen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, ist Ihre Temperatur in Ordnung, weil die Körpertemperatur durchaus ein Indikator ist für die Gesundheit, für Ihre Gesundheit. Und wenn Sie merken, dass sie leicht steigt, dann können Sie vielleicht noch was verändern, können zu Hause bleiben. Ja, und im Interesse von der Markengesundheit sollte man eben auch regelmäßig messen. Und nicht gerade dann, wenn es einem schlecht geht, weil dann ist es eigentlich schon zu spät, sondern man sollte gerade dann messen, wenn es einem gut geht. Und darum brauchen wir Trackings. Vielleicht auch deswegen, weil Werbewirkung natürlich ein sehr komplexer Prozess ist, den man nicht auf eine Zahl reduzieren kann oder auf wenige Zahlen. Aber wenn wir es gar nicht versuchen zu messen, dann können wir es auch nicht managen. Ja, es ist ein Managementberater, wird gerne zitiert, Harold Genin, you can't manage what you can't measure. Ja, also wenn ich etwas managen will, dann muss ich es auch messen. Mit Trackings gemeint hier muss man vielleicht auch nochmal kurz was sagen, weil der Begriff Tracking natürlich in vielen anderen Zusammenhängen genutzt wird. Wir sprechen heute gerne vom Self-Tracking, wo wir unsere eigenen Bio-Werte messen. Man spricht von einem Cookie-Tracking, wenn man irgendwie versucht, jemanden im Internet quasi zu verfolgen oder eine Customer-Journey aufzubauen. Das ist heute damit nicht gemeint. Hier geht es tatsächlich um die regelmäßige Erhebung und Analyse von Werbewirkungsindikatoren oder auch Marken-Performance-Indikatoren. Ja, und Trackings sehen normalerweise so aus. Es sind viele Kurven. Ja, und das Interessante bei Trackings ist eben, dass sie regelmäßig erhoben werden. Das heißt, ich habe Zeitreihen und kann im Zeitverlauf mir anschauen, was passiert, wie entwickeln sich meine Indikatoren. Und das ist das Wertvolle, dass ich quasi diese Zeitreihe habe und diese Zeitreihe im Blick habe. Werbewirkungsforschung und damit auch Trackings haben im Grunde zwei Funktionen. Ja, das eine ist eine Controlling-Funktion. Da geht es darum, den Werbeerfolg zu messen, ja, zu kontrollieren und zu optimieren. Ja, das sind, das kann ich auf unterschiedlichste Art und Weise tun. Aber wichtig ist immer, dass ich die Ergebnisse so schnell wie möglich bekomme, dass ich noch was verändern kann. Ja, dass ich noch etwas wirklich optimieren kann. Auf der anderen Seite haben wir die Funktion Werbeforschung, Werbewirkungsindikatoren sollen uns helfen, die Mechanismen zu verstehen. Ja, gerade die psychologischen Mechanismen, wie Werbung funktioniert, wie Marken funktioniert, was in den Köpfen der Menschen passiert. Und dieses Verständnis ist wichtig für unsere Strategien, für die Verbesserung unserer Kampagnen. Ja, und beides ist eigentlich Teil von einem solchen Tracking. Ja, wir haben im Grunde in der Werbewirkung immer zwei Aspekte. Einmal das, was quasi in der Kasse passiert, des Unternehmens, also die ökonomischen Indikatoren, Abverkauf, Umsatz, Marktanteile und Ähnliches. Und wir haben das, was in den Köpfen der Menschen passiert. Ja, das psychische, die psychische Werbewirkung, das Image, das Gedächtnis, an was können wir uns erinnern. Und im Grunde ist es wichtig, wenn man holistisch rangeht, beides im Blick zu haben. Ja, heute Brand-Tracking sind, da geht es darum, was in den Köpfen der Menschen ist. Und es hat wegen der Regelmäßigkeit gerade eine wichtige Controlling- und Optimierungsfunktion. Aber die Daten sind natürlich auch dafür da, sie weiter zu analysieren und die Mechanismen zu verstehen. Aber das Hauptaugenmerk liegt oft auf dem Controlling-Aspekt, auf dem Optimierungs-Aspekt. Und beim Tracking ist es auch immer wichtig, die Zielsetzung im Blick zu haben, weil es gibt durchaus Besonderheiten. Wir sprechen gerne vom Brand-Tracking, aber auch das ist ein Begriff, der jetzt nicht irgendwo eindeutig definiert ist. Der wird auch unterschiedlich genannt. Und das Brand-Tracking, wo es darum geht, quasi die Performance einer Marke, den Status einer Marke, die Gesundheit einer Marke oder mehrerer Marken zu analysieren, das liefert Input für strategische Entwicklungen, aber eben auch ganz stark für die Mediaplanung. Habe ich ausreichend Werbedruck? Bin ich vorgedrungen mit meiner Werbung? Und für die Kreation? Hat die Werbung funktioniert? Haben die Leute es verstanden oder nicht verstanden? Und eine Besonderheit, die sehr sinnvoll ist, wenn man wirklich viel Werbung macht, ist ein Kampagnen-Tracking, also wo man auch ein besonderes Augenmerk legt auf die Werbung, auch vor allen Dingen auf die verwendeten Werbemittel und die Werbekanäle. Es gibt auch noch andere Arten von Tracking. Natürlich werden manchmal Kundenzufriedenheitsmessungen auch als Tracking bezeichnet. In großen Unternehmen haben manchmal so etwas wie ein PR-Tracking, ein Tracking zur Unternehmenskommunikation. Dann werden auch so Sachen wie das Image des Vorstandsvorsitzenden mit erhoben. Ja, auch das ist wichtig. Allerdings meine Erfahrung ist, dass in der PR solche Sachen gar nicht so stark genutzt werden. Meistens sind es doch eher die Marketing-orientierten Trackings, die Brand-Trackings. Es gibt noch einen besonderen Fall, das sind Standard-Tools. Die werden teilweise von Marktforschungsunternehmen angeboten. Da werden standardmäßig einfach viele Marken erhoben, Indikatoren für viele Marken erhoben. Und man kann dann diese Daten kaufen. Es gibt eine Studie, Best for Tracking, die wird von Verlagen und Medienvermarktern herausgegeben. Auch die haben eine kontinuierliche Tracking-Studie für viele, für hunderte von Marken. Und was auch gerne als Tracking bezeichnet wird, obwohl es damit eigentlich gar nichts zu tun hat, Das sind sogenannte Brand-Lift-Studien, die Unternehmen wie Google oder Meta, Facebook quasi allen ihren Werbekunden automatisch anbieten. Das sind nicht wirklich Tracking, sondern das ist bestenfalls ein Motiv-Test. Aber in der Alltagssprache von Marketing-Leuten, die durch Facebook und Google sozialisiert wurden, und das sind leider immer mehr, die sprechen dann manchmal auch von Tracking, aber gemeint sind damit diese Brand-Lift-Studien, die aber für uns eigentlich, nicht interessant sind. Die Frage, standardisiert oder individuell, ja, also auch jedes Marktforschungsinstitut hat quasi ein Standard-Tracking-Tool. Da muss man immer vorsichtig sein. Jede Kampagne hat eigene Ziele, eigene Zielgruppen, ganz spezifische Bedingungen. Und das sollte natürlich irgendwie in der Forschung widergespiegelt werden. Auf der anderen Seite ist es gut, immer die gleichen Fragen zu verwenden, weil dann habe ich diese Vergleichbarkeit, dann habe ich diese Zeitreihen. Ja, dann kann ich vielleicht auch Benchmarks errechnen. Ja, manche Standard-Trackings von Marktforschungsunternehmen, die haben Benchmarks, mit denen man Sachen vergleichen kann, mit denen man seine eigenen aktuellen Daten kann man mit der Benchmark-Datenbank vergleichen. Das ist alles nur möglich, wenn das maximal standardisiert ist und wenn man dann nichts mehr verändert. Das ist so ein bisschen der Fluch der Standardisierung. Einmal definierte Fragen lassen sich kaum ändern, weil dann die Vergangenheitsdaten quasi nicht mehr verwendbar sind, die Benchmarks nicht mehr verwendbar sind. Und das ist manchmal ärgerlich, weil manchmal merkt man, dass man vielleicht eine Frage hätte anders formulieren müssen oder es hat sich was verändert, deswegen müsste man die Frage anders formulieren. Aber man scheut sich davor, weil dann die Vergleichbarkeit mit der Vergangenheit nicht mehr gegeben ist. Also das ist der Fluch, den man bei so standardisierten Fragen hat. Und noch mal ein wichtiger Aspekt, der mir am Herzen liegt, diese Standard-Tools wie zum Beispiel Best for Tracking oder auch diese kleinen Werbewirkungstests, die Google und Facebook für ihre Kunden anbieten, die sind kein wirklicher Ersatz für ein individuelles Tracking, weil sie erheben immer nur sehr grobe Indikatoren, die für möglichst viele Kunden Gültigkeit haben und die speziellen Indikatoren, also gerade wenn es um ein Image geht, kann ich damit nicht fassen. Also Best for Tracking fragt zum Beispiel nach der Sympathie für die Marke, das ist in Ordnung, aber sonst sind nicht viele andere Imagefragen dabei und Sympathie ist nicht für jede Marke jetzt besonders relevant. Tatsächlich sieht man sogar, die Sympathie korreliert einfach nur mit der Bekanntheit. Und die differenzierten Imagefragen, die für meine spezielle Marke gelten, haben natürlich keinen Platz in so einem Standard-Tool. Also deswegen, solche Standard-Tools sind nicht wirklich ein Ersatz für individuelle Marktforschung. Es gibt verschiedene Ansätze bei Tracking-Studien und Werbeerfolgsmessungen. Man kann mit einem Panel arbeiten, das ist aber gerade bei Tracking nicht immer unbedingt gut, wenn es um psychische Faktoren geht. Warum? Weil im Grunde jede Messung die nächste Messung beeinflusst. Wenn ich gefragt werde, ob ich die Marke Selters kenne und ich habe sie noch nie getrunken, aber ich lerne sie kennen durch die Frage. Wenn ich dieselben Fragebogen nochmal bekomme, einen Monat später oder zwei Monate später, dann kenne ich die Marke. Aber nicht, weil ich sie im Supermarkt gesehen habe, nicht, weil ich sie in der Werbung gesehen habe, sondern weil ich sie im Fragebogenbett bekommen habe. Also deswegen, Panel sind eigentlich nicht der richtige Rahmen für Tracking-Studien. Deswegen ist ein Fresh-Sample eigentlich immer sinnvoll. Das heißt, möglichst immer eine repräsentative, eine gute Stichprobe für jede Welle, für jede Befragung. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich etwas tracking kann. Ich kann die klassische Vorher-Nachher-Befragung machen, wenn es nur um eine Kampagne geht. Ich kann versuchen, die Menschen, die Kontakt mit der Werbung hatten, vergleichen mit den Leuten, die keinen Kontakt haben. Da ist aber in irgendeiner Weise eine Kontaktmessung notwendig. Das ist nicht immer leicht. Das ist übrigens das, was Google und Facebook machen mit ihren Brandlift-Studien. Da suchen sie sich einfach Nutzer aus, bei denen die Werbung ausgespielt wurde und vergleichen die mit denen, bei denen die Werbung nicht ausgespielt wurde. Interessanter, und das ist das, wo es heute darum geht, ist ein kontinuierliches Tracking, weil ich da eben tatsächlich Entwicklungen mir anschauen kann. Und dann gibt es noch die Feinheit. Es gibt eine Messung ohne, es gibt einen Trackings, ohne dass die Kontaktwahrscheinlichkeit oder die Mediennutzung gemessen wird. Da wird einfach nur die Bekanntheit zum Beispiel der Marke erhoben. Dann kann ich das zwar gegenüberstellen von meinen Investitionen, meinen Marketingmaßnahmen, meinen Mediamaßnahmen, meinem Werbedruck, aber ich habe keinen direkten Link in der Umfrage. Also ich weiß nicht, ob die Menschen tatsächlich Kontakt mit der Werbung hatten oder nicht. Um das herauszufinden, muss ich Kontaktwahrscheinlichkeiten erheben. Das ist sehr kompliziert. Das braucht viel Platz im Fragebogen. Das muss nachher verrechnet werden und ist selbst dann nicht immer ganz hundertprozentig sicher. Studien wie Best for Tracking machen das natürlich, weil die wollen genau zeigen, was passiert, wenn ich einen bestimmten Werbeträger, einen bestimmten Medienkanal mir angeschaut habe. Aber viele der kontinuierlichen Trackings verzichten auf diese Kontaktwahrscheinlichkeit oder fragen sie nur sehr oberflächlich ab. Da muss man aber vorsichtig sein bei der Interpretation, weil es tatsächlich so ist, dass Menschen sich für Werbung in der Regel leider nicht interessieren und deswegen merken sie sich auch nicht bewusst, wo haben sie diese Werbung gesehen, auf welchem Kanal. Und deswegen sind die Abfragen, wo haben sie diese Werbung gesehen, meistens sehr ungenau, weil sie gar nicht abgespeichert sind in dem Gedächtnis der Befragten. Und dann neigt man dazu, Sachen irgendwie einzuordnen. Deswegen wird zum Beispiel TV-Werbung immer besonders bei Trackings, immer sagen viele Leute, sie haben die Werbung im Fernsehen gesehen, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt, weil es gab vielleicht gar keine Fernsehwerbung. Aber das sind solche Ad-Hoc-Prozesse, die gemacht werden, wenn man eben sich nicht erinnern kann. Und bei Werbung können sich viele eben nicht daran erinnern. So, dann die wichtige Frage, was soll gemessen werden? Heute nennt man das KPI. Ich sage immer noch gerne Werbewirkungsindikatoren oder Markenindikatoren. Und es gibt mittlerweile so viele Begriffe, die man in irgendeiner Weise mit Werbewirkung, mit Marketingerfolg in Zusammenhang bringt, da den Überblick zu kriegen, da herauszufinden, was sind wirklich die relevanten Werte, ist nicht immer einfach. Und dass man heute das noch alles besser visualisieren kann, zum Beispiel in interaktiven Online-Dashboards, wo die Daten quasi sofort reinlaufen, sei es, ob es Facebook-Likes sind oder Abverkaufsdaten oder Besuche auf der Website. Es wird alles in so ein Dashboard gepackt und die Gefahr, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, dass man nicht mehr weiß, was bedeutet das eigentlich, dass man auch auf die falschen Werte schaut, nämlich, ich sage jetzt mal, unwichtige Indikatoren, die sich aber so dynamisch bewegen, dass sie unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist oft so etwas, was in Social Media passiert. Da passiert immer irgendetwas, aber ob das wirklich relevant ist, das ist nicht immer ganz klar und da muss man eben so ein bisschen aufpassen. Vielleicht noch mal, ich bringe das oft, dieses Beispiel, ich weiß, aber es ist einfach wichtig, noch mal daran zu erinnern, was bedeutet eigentlich Indikator? Sie alle können sich noch an Ihren Chemieunterricht erinnern, da gab es Indikatoren, Lackmuspapier und wer in einer Weingegend wohnt oder da mal ab und zu Urlaub macht, der hat vielleicht schon mal gesehen, dass im Weinberg an den Reihen, wo die Reben sind, immer mal am Rande ein Rosenstrauch steht. Der steht da nicht zur Verzierung, weil er so schön ist, sondern das ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Weines. Warum? Rosen sind sehr empfindlich und reagieren auf Schädlinge sehr schnell. Der Wein ist etwas robuster, er reagiert etwas langsamer auf Schädlinge. Das heißt, wenn ich merke, dass es den Rosen schlecht geht, dann weiß ich, den Wein wird es auch bald schlecht gehen, es sei denn, ich kann noch irgendwas daran machen. Es ist im Grunde ein Frühwarnsystem und man muss immer da auch hier aufpassen, dass man den Indikator nicht verwechselt mit dem Eigentlichen, was man messen will, nämlich der Werbewirkung, weil wenn ich die Rosen pflege, dadurch wird der Wein nicht gesünder. Nur wenn die Rosen krank sind, dann weiß ich, oh, ich kann noch was machen am Wein. Also es ist ein Indikator und es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Gesundheit der Rosen und des Weines. Tracking sind Frühwarnsysteme, genauso wie im Krankenhaus, man jeden Tag Fieber gemessen bekommt, weil dann kriegen Sie frühzeitig mit, ob etwas mit Ihnen nicht stimmt. Was sind die richtigen KPIs? Ja, das ist keine einfache Frage. Ich nenne das immer gerne das Elefantenproblem, weil ich immer gerne mit dieser zugegebenermaßen schon sehr abgenutzten, aber meiner Ansicht nach immer noch funktionierenden Metapher arbeite. Stellen Sie sich vor, wir haben hier einen Raum, da steht ein Elefant, wir machen das Licht aus. Ja, und jetzt kommen fünf Forscher in den Raum, die noch nie in ihrem Leben einen Elefanten gesehen haben und sie sollen beschreiben, wie dieser Elefant beschaffen ist. Und der eine hat den Schwanz in der Hand und sagt, der Elefant ist eine Schlange, der andere hat den Fuß in der Hand und sagt, der Elefant ist ein Baum, der dritte hat den Stoßzahn in der Hand und sagt, der Elefant ist ein Speer und so weiter und so fort. Und dann die Frage, wer von denen Recht hat, die muss man eigentlich immer mit Ja und Alle und Keiner beantworten. Sie haben alle Recht, weil sie alle präzise das gemessen haben, was sie gemessen haben. Sie haben präzise den Ausschnitt der Welt beschrieben. Aber keiner von ihnen hat Recht, weil keiner den Elefanten als Ganzes gesehen hat. Hier bei dem Beispiel können wir leicht die Sache klären. Wir machen das Licht an und dann sieht man den Elefanten. Das können wir leider bei der Werbewirkung nicht. Oder überhaupt im Marketing. Da haben wir nur die verschiedenen Indikatoren und die teilweise sehr unterschiedliche Sachen sagen und unterschiedliche Zwecke. Wir haben so schöne Sachen wie Blickkontakte, Blickregistrierung. Das ist das, was iSquare misst, auch in seinen Pre-Tests. Wir haben ökonomische Faktoren, wir haben Social-Media-Posts und ähnliche Sachen. Das ist jetzt so zufällig, dass die am Hintern des Elefanten platziert sind. Die hätte ich auch woanders platzieren können. Also die Frage, welche Indikatoren jetzt die richtigen sind, hängt von der Marke ab, der Zielsetzung, der Zielgruppe, der Funktion, die diese Forschung im Strategieprozess hat. Es gibt nicht den Königsweg. Es gibt nicht den Indikator, der alles auf eine Zahl bringt. Das ist auch nicht der Return on Invest. Es ist auch nicht die Werbeerinnerung. Man braucht immer verschiedene Indikatoren und je mehr Indikatoren ich habe, umso umfassender ist das Bild, aber umso schwieriger ist auch die Interpretation, weil sie nicht eben immer zusammenpassen. Wie gesagt, ganz wichtig auch noch mal der Gedanke vom Anfang. Für die Controlling-Funktion brauche ich Kennzahlen, um Maßnahmen zu optimieren, um zu sehen, gehen die Maßnahmen in dieselbe Richtung. Das müssten schnell kurzfristig wirkende Indikatoren sein, weil nur wenn sie kurzfristig wirken, kann ich noch optimieren. Nur weil der Rosenstrauch schneller auf Schädlinge reagiert, kann ich noch den Wein retten. Und dann gibt es die Erkenntnisfunktion, das sind Indikatoren für Konstrukte, die ich nicht leicht beobachten kann, die mir aber helfen zu verstehen, was passiert. die vielleicht auch mir helfen, langfristige Mechanismen mir anzuschauen, Sachen, die sich nicht so schnell ändern. Und bei einem Tracking sollte ich eine Mischung aus beiden haben. Ich brauche natürlich Controlling, also kurzfristig wirkende Indikatoren, die eine Controlling-Optimierungsfunktion haben, aber ich sollte auch genug Material haben, um Sachen besser verstehen zu können und vielleicht auch irgendwann mal das besser analysieren zu können. ganz wichtig bei KPIs, sage ich immer, die KPIs sind nicht the real thing, sie sind nicht die Werbewirkung, sondern sie sind nur Hinweise. Wer nur den Rosenstrauch pflegt, der verliert den Wein aus dem Auge und der Wein wird dadurch nicht besser. Und Vorsicht vor Tracking-Kosmetik, auch das gibt es, es gibt Maßnahmen, die bestimmte Indikatoren, die schnell auf Indikatoren funktionieren. Wenn ich den Umsatz steigern will, dann mache ich eine Promotion und schon geht der Umsatz hoch oder Abverkauf oder was auch immer. Genauso gibt es Mittel, mit denen ich zum Beispiel die Werbeerinnerung nach oben heben kann, aber das heißt nicht, dass ich damit auch die Werbewirkung richtig beeinflusst habe. Es kann passieren, dass ich tatsächlich mit einer Maßnahme nur den Rosenstrauch gieße und nicht den Wein. Wichtig sind die Indikatoren für psychische Werbewirkung, die werde ich jetzt hier nicht alle vorlesen oder diskutieren. Das können Sie nochmal nachlesen. Es gibt da auch immer unterschiedliche Begriffe für ungestützt und gestützt, spontan, unaided, aided, prompted und so weiter und so fort. Dafür fehlt uns heute die Zeit. Wichtige Indikatoren, die eigentlich immer erhoben werden, sind die Markenbekanntheit, die Werbebekanntheit, kann ich mich an Werbung erinnern, Einstellungen, das Gefallen der Werbung, also finde ich die Werbung unterhaltsam, verständlich, amüsant, überzeugend. Nicht, weil das wirklich Werbewirkungsindikatoren sind, aber sie helfen mir bei der Diagnostik. Wenn ich merke, dass die Werbebekanntheit gering ist oder die Sympathie für die Marke gering ist und ich merke gleichzeitig, die Werbung war unverständlich, dann habe ich schon mal eine Hypothese, was ich vielleicht verändern kann. Und natürlich Imagedimensionen und die sind immer komplex, die reicht es meistens nicht aus, eine Frage zu stellen, da muss man mehrere Fragen stellen und es gibt noch viele andere Indikatoren für psychische Werbewirkung, einige davon sind weniger wichtig, andere davon sind wichtig. Die Detailerinnerung an die konkrete Kampagne, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Werbeerinnerung ist deswegen immer quasi eines der beliebtesten Indikatoren, weil er selbst in der Regel immer auf Werbemaßnahmen gut reagiert. Ich habe hier mal ein Beispiel aus einer Standardstudie Best for Tracking, da sehen Sie aber auch, so sehen oft solche Trackings aus, wenn man sie einfach nur den Spendings gegenüberstellt. Es gibt auf den ersten Blick schon so ein bisschen einen Zusammenhang, aber der ist nicht immer so hundertprozentig klar, man merkt beim Werbedruck oft einen Zusammenhang, wenn ich einen höheren Werbedruck habe, merke ich das in der Werbeerinnerung, aber auch das ist nicht immer warum, weil natürlich man nicht die eigene Marke nur anschauen muss, sondern auch den Wettbewerb. Und der kann meine eigene Werbeerinnerung beeinträchtigen, selbst wenn ich einen hohen Werbedruck habe, aber wenn mein Wettbewerber einen höheren Werbedruck hat, kann das meine Werbeerinnerung beeinträchtigen. Deswegen ist es immer wichtig, auch für die Werte für die Wettbewerber mitzuerheben. Und da ist es nicht immer einfach, die Wettbewerber richtig zu definieren, weil manchmal sind die Wettbewerber in ganz anderen Kategorien. Der Wettbewerber für alkoholfreies Bier ist alkoholhaltiges Bier, Wasser, Limonade, Red Bull und ich weiß nicht was alles. Alles Sachen, die nicht in der Kategorie alkoholfreies Bier zu finden sind. Andere Indikatoren, so Sachen wie Sympathie, Kaufbereitschaft, persönliche Verwendung, Weiterempfehlungen, alles Sachen, die diese Standardstudie Best for Tracking erhebt, die reagieren nicht immer so eindeutig auf Media Spendings, auf Werbedruck. Die liefern kein klares Bild. Da muss man sich tatsächlich eine langfristige Entwicklung anschauen und es ist auch immer sinnvoll, wenn man solche Daten hat in der Zeitreihe mit ihnen statistische Analysen zu machen, weil dieses reine Gegenüberstellen, wie ich es jetzt hier mache, nicht immer die wirklichen Zusammenhänge zeigt. Also da lohnt es sich tatsächlich ein Media Mix Modeling oder Marketing Mix Modeling zu machen und mit ökonometrischen Modelings versuchen hier auch den Beitrag der verschiedenen Marketing Instrumente oder auch den Beitrag des Wettbewerbs oder andere Faktoren wie das Wetter mit zu berücksichtigen und rauszurechnen. Warum ist die Detailerinnerung so wichtig? Der Kollege Guido Modenbach von Seven One Media hat das in letzter Zeit immer mal wieder genannt. Deswegen, weil wenn wir einfach nur fragen, haben Sie Werbung für die Marke X gesehen, ist es zu falschen Zuordnungen kommen kann. Leute erinnern sich vielleicht an Werbung aus derselben Kategorie, aber von einer anderen Marke oder von einer ähnlichen Marke des Unternehmens. Das ist gerade bei Marken, die viele, eine Dachmarke, die viele Untermarken haben der Fall. Oder, was viel wahrscheinlicher ist, Sie erinnern sich an Werbung, die lange zurückliegt. Und das Beispiel dafür habe ich immer aus der Arbeit, als ich noch in der Agentur war, da haben wir für Mastercard gearbeitet, da gab es ein regelmäßiges Tracking und die Werbeerinnerung von Visa war immer so riesengroß und war immer das Doppel von Mastercard. Wenn man aber dann gefragt hat, was habt ihr genau gesehen, erinnert euch mal an die Kampagne, dann ist herausgekommen, dass die Leute sich an die Kampagne erinnert haben, die schon viele Jahre nicht mehr gelaufen ist. Die Frau im Badeanzug, ich wette, viele Leute, die in meinem Alter sind, können sich an diese Werbung auch noch erinnern. Die Jüngere natürlich nicht, aber die war so prägnant, die hat so klar die Vorteile der Kreditkarte gebracht, dass sie den Menschen im Gedächtnis blieben und die Jahre später noch Stein und Bein geschworen haben, sie hätten sie erst letzte Woche gesehen. Und wenn man diese pauschale Werbeerinnerung so ein bisschen dann rausnimmt und wirklich nur die Kampagnenerinnerung, dann war plötzlich die Erinnerung an die konkrete Kampagne, an die aktuelle Kampagne von Mastercard und Visa gleich. Deswegen eine pauschale Abfrage der Werbeerinnerung kann sie ein bisschen über die Gesundheit ihrer Marke täuschen, wenn sie sich nicht wirklich auch die einzelnen Kampagnen anschauen. Und den Begriff Brand Health benutzen auch die Kollegen aus Australien von Ehrenberg Bess Institute, Brian Sharp und Jenny Romaniuk. Und sie hat, Jenny hat ein hervorragendes Buch geschrieben, Better Brand Health, wo sie mal die gängigen Indikatoren so ein bisschen auf den Prüfstand stellt und neue Indikatoren vorstellt. Was heißt neue Indikatoren, die sie für wichtig hält. Und die werden gerade auch in Deutschland hart diskutiert. Die Mental Availability, also wie verfügbar ist etwas in meinem Gehirn. Und zwar nicht ganz pauschal, sondern zu konkreten Anlässen, sogenannten Category Entry Points. Also wenn ich Durst habe, an was denke ich da? Denke ich dann an Selters oder denke ich an Bier oder denke ich an irgendwas anderes? Und Distinctive Brand Assets sind quasi Merkmale der Marke, die in den Köpfen besonders präsent sind. Es ist die Farbe, das Logo und ähnliches. Und Ihr Tipp ist es, solche Indikatoren abzufragen, die Mental Availability bei den Category Entry Points abzufragen und auch nicht die klassischen Abfragen gestützt, ungestützt, sondern immer so sortieren, dass man eben verschiedene Marken irgendwie verschieden zuordnen kann. Also es lohnt sich, das Buch sich mal durchzulesen, weil man die eigenen Trackings kritischer sich anschauen kann und man kriegt vielleicht Impulse für neuere Trackings, für bessere Trackings, falls man was ändern will. Dann gibt es auch die Frage von expliziten und impliziten Messungen. iSquare ist natürlich ein Experte für implizite Messungen, also Sachen, die quasi eher so spontan sind, die quasi den Homer Simpson in uns ansprechen. Also wir als, wenn wir spontan reagieren, unbewusst reagieren, gefühlsmäßig reagieren oder viele andere Trackings, die aber sehr explizite Fragen stellen, sprechen eher den rationalen Menschen in uns an, den Mr. Spock in uns, der alles genau wissen will, der Informationen braucht. Und einige sagen, eigentlich kann man den Mr. Spock vergessen, den Homo Ökonomicus kann man vergessen, denn wir sind eigentlich alle Homer Simpsons, wir tun schnelles Denken bevorzugen, wir tun schnelle Entscheidungen treffen. Das mag so sein, aber für ein Tracking ist es trotzdem wichtig, gerade das explizite zu erfassen. Warum? Weil wir uns ja oft auch an der Rationalität orientieren. Wir müssen ja unsere Käufe vor uns selbst und aber auch vor unserer Familie, unserem Haushalt, unseren Freunden rechtfertigen. da brauchen wir rationale Argumente, da suchen wir rationale Argumente. Aufgabe der Werbung ist es, solche Argumente zu liefern und Aufgabe eines Tracking ist es, zu schauen, ob diese Argumente verstanden und verinnerlicht wurden. Also Trackings sind nach wie vor klassische Trackings, explizite Messungen sind nach wie vor beliebt, weil die Logik einfach zu verstehen ist, weil es einfach ist abzufragen, einfach ist in der Marktforschung gar nichts, aber man hat viel Erfahrung damit und weil es Indikatoren gibt, die schnell reagieren, wie zum Beispiel die Werbeerinnerung. Mein Fazit, Tracking sollte ein kontinuierliches Tracking ist ein Frühwarnsystem, das sollte genutzt werden, nicht erst Fieber messen, wenn man schon krank ist. Es soll uns aber auch gleichzeitig helfen, die Werbewirkung zu verstehen, also auch Indikatoren zu erheben, die uns langfristige Aspekte, psychologische Aspekte besser erläutern können, besser verstehen lassen können, die vielleicht nicht so schnell reagieren. Und so individuell wie nötig, so standardisiert wie möglich. Je standardisierter es ist, umso besser ist die Vergleichbarkeit, aber es sollte ihrer Marke, aber auch ihrer Kampagne in irgendeiner Weise gerecht werden. Die Auswahl der KPIs ist wichtig, aber schwierig. Wenn Sie verschiedene KPIs nehmen, die auch unterschiedliche Aspekte des Elefanten abgreifen, dann haben Sie ein umfassenderes Bild. Das ist dann nicht immer einfach, das zusammenzuführen, gerade wenn es in unterschiedliche Richtungen geht, aber eigentlich für einen Forscher ist gerade das spannend. Wenn ich Widersprüche in den Daten habe, wenn Daten in unterschiedliche Richtungen gehen, dann merke ich, da ist irgendetwas, da muss ich mir genauer anschauen, da muss ich drüber nachdenken. Und mein Tipp ist auch, Detailerinnerung ist wichtig, also die Kampagne mit erheben, was kann man auch das Gefallen der Kampagne, die Bewertung der Kampagne mit erheben, weil das hat auch den diagnostischen Wert, wenn was schief läuft, dann weiß, kann ich herausfinden, woran hat es gelegen und kann die Kreation optimieren. Das waren meine Ideen oder meine Anmerkungen zum Thema Tracking und wie man Trackings mustergültig und umfassend macht, das wird jetzt Johanna Ihnen zeigen. Super, dann sage ich schon mal vielen Dank Dirk an der Stelle, genau, ich glaube, dann haben wir jetzt einen kurzen Wechsel und Johanna wird gleich ihren Bildschirm teilen, vielleicht an dieser Stelle nochmal, ich sehe noch, es sind ganz viele Johanna Köhlers noch im Meeting, vielleicht nochmal vom Anfang, für die, die später dazugekommen sind, wenn man unten auf die Leiste geht und auf Teilnehmer doppelklickt, dann sieht man sozusagen sich rechts ganz oben stehen und wenn man auf die drei Punkte geht, dann kann man sich auch mit dem richtigen Namen hier anmelden im Webinar, so eine kleine interaktive Übung hier bei dem Warmwetter heute, genau, das kann man gerne machen, das ist natürlich dann schöner nachher für die Abschlussdiskussion. Ansonsten weiterhin Fragen gerne in den Chat reinschreiben und damit übergebe ich jetzt an Johanna. Dann noch einmal kurz die Rückfrage in die Runde an dich, Stefan, ob ihr den Bildschirm jetzt seht? Ja, das sehen wir. Wunderbar. Dann fangen wir einmal an und zwar erst mal vorab noch mal vielen Dank, Dirk Engel, für die theoretische Einführung. So, nächste Slide. Genau, wir als I-Square beziehungsweise das Brand & Media Unit wollen Ihnen gerne noch einmal unseren, beziehungsweise einen unserer Ansätze zum Kampagnen-Tracking vorstellen, unseren sogenannten Campaign-Track und ich freue mich sehr, dass ich das Ganze nicht nur heute ja recht methodisch und trocken erzählen kann, sondern dass ich das Ganze am Beispiel von Otto erläutern kann und zwar wie eingangs von Stefan schon kurz gesagt, arbeiten wir hier mit dem Kunden aktuell intensiv zusammen und ich darf Ihnen heute das Tracking zur Vielfalt-Kampagne aus dem Jahr 2023, also aus dem letzten Jahr, vorstellen. Ich würde einmal kurz methodisch das Ganze umreißen, die Studien-Eckdaten und danach haben wir ein paar ausgewählte Ergebnisse mitgebracht. Genau, erst mal ganz vorab, warum machen wir so ein Tracking, was sind unsere Zielstellungen, was wollen wir messen und zwar ganz oberst natürlich, wir wollen rausfinden, hat die Kampagne eine Wirkung bei der Zielgruppe im Markt, das heißt also ganz prägnant unsere Kampagnen-Performance. Darüber hinaus wollen wir natürlich wissen, macht die Kampagne nicht nur irgendwas, sondern zahlt die Kampagne auch auf die Kampagnen-Ziele ein, macht die Kampagne das, was sie soll und als dritten letzten Punkt dann noch einmal so ein bisschen in die analytische, diagnostische Richtung, wie macht die Kampagne das, also welchen Beitrag leisten die einzelnen Kanäle, welchen Beitrag leisten die einzelnen Werbemittel zum Kampagnen-Erfolg und hier ist immer noch ein Hinweis wichtig, der den Dirk Engel auch zum Beispiel noch schon genannt hatte und zwar eine Kampagne findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, also das heißt, wir haben immer verschiedene externe Faktoren, die auch die Wirkung der Kampagne beeinflussen können, ganz vorweg hier natürlich zum Beispiel der Werbedruck der Wettbewerber, der einfach auch bestimmt, wie gut die Kampagne durchdringen kann, wie gut sie wahrgenommen wird, aber auch allgemeingesellschaftliche, finanzielle und wirtschaftliche Situationen, die zum Beispiel das Konsumklima beeinflusst und als weiter Berührungspunkt neben der Kampagne gibt es natürlich noch weitere Touchpoints mit der Marke, Erfahrungen mit der Marke oder mit dem Produkt, die insbesondere unter Kundinnen die Wahrnehmung der Marke auch noch beeinflussen kann. Genau, jetzt werden wir etwas konkreter. Wie haben wir das Ganze gemacht und gemessen und zwar mit einem quantitativen Werbetracking. Wir haben vor Beginn der Kampagne eine Nullmessung durchgeführt, die uns als Referenzwert dient und dann über den gesamten Verlauf der Kampagne auf wöchentlicher Basis Wirkungsmessungen durchgeführt und diese fortlaufende Befragung ermöglicht es uns eben die Kampagnenkontrolle über die gesamte Laufzeit die da jetzt zu verfolgen und zu kontrollieren. Das ist ein Punkt, das ist ein Aspekt, das ist quasi unsere Kampagnen-Performance und der zweite Aspekt, den wir in unserer Umfrage mit drin haben, ist einmal die Wirkungskontrolle der einzelnen Creatives, der einzelnen Werbemittel. Das heißt, wir testen jede Woche vier Werbemittel, vier Werbemittel, die auch aktuell gerade in der Kampagne stark ausgespielt werden und schauen eben hier, werden die einzelnen Werbemittel wiedererkannt, wie werden diese einzelnen Werbemittel bewertet, um hier ein gutes, repräsentatives Bild der Kampagne zeichnen zu können. Das Ganze haben wir hier auch nochmal einmal tabellarisch dargestellt. Das ist vielleicht als Übersicht für Sie nochmal ein bisschen greifbarer. Die Nullmessung erfolgt im März und von April bis Oktober letzten Jahres haben wir dann die Wirkungsmessungen durchgeführt und so waren wir insgesamt 30 Wochen im Feld, haben knapp 4000 Teilnehmende befragt und haben insgesamt knapp 120 Werbemittel getestet. Bevor wir in die Ergebnisse einsteigen, einmal noch ganz kurz der Ablauf der Befragung. Wir starten natürlich ganz klassisch mit dem Screening, der Auswahl der Teilnehmenden und gehen dann direkt in die Erhebung unserer Wirk-API sein. Das heißt, einmal der Brand Impact, wie entwickelt sich die Markenbekanntheit, wie entwickelt sich das Markenimage, sowohl implizit als auch explizit, wie entwickelt sich die Werbeerinnerung eines allgemeinen und dann gehen wir Richtung Ende der, ja, Richtung zweiter Hälfte der Befragung tatsächlich dann konkreter auf die Kampagne ein. Das heißt, wir schauen mittels einer Kampagnen-Collage, ob einmal A, die Kampagne wiedererkannt wird und im Zweiten dann die einzelnen vier Werbemittel erkannt wird und das Ganze funktioniert dann einmal ganz einfach simpel über einen Loop. Das heißt, wir schauen uns für die vier Werbemittel jeweils nacheinander an, ob diese erkannt werden und lassen diese dann im Folgenden auch noch bewerten. Einmal vorab, das ist jetzt so der Kern, ja, der Kern der Befragung. Wir haben noch ein paar weitere Module, die wir am Ende noch abfragen, wie zum Beispiel das Konsumklima, aber das ist jetzt hier erstmal für unseren Teil das Wichtigste. Genau, steigen wir auch in die Ergebnisse ein. Hier einmal ganz vorab natürlich die Information, wir können natürlich keine echten Daten aus dem Tracking zeigen, sondern haben hier Dummy-Daten. Nichtsdestotrotz wird aber, glaube ich, sehr gut deutlich, wie das Tracking funktioniert und, ja, welche Ergebnisse wir hiermit generieren können. Genau, und hier sehen wir einmal die Kampagne im Überblick. Wir haben vorhin auch ganz mit dem Plakativ, mit der Kampagnen-Performance angefangen, das heißt, hat die Kampagne einen Einfluss auf die Zielgruppe und hier sehen wir das Ganze einmal jeweils die Nullmessung versus der Kampagnen-Durchschnitt zusammengefasst und sehen hier im Endeffekt auf vier zentralen Kennziffern, wie die Kampagne gewirkt hat. Und das erste einmal unsere Recognition Past One Week, also innerhalb der letzten Woche, geben, ja, gibt jeder vierte an, sich zu erinnern, die Kampagne gesehen zu haben. Die 24 Prozent ist nachher gerade auch, wenn wir zum Beispiel verschiedene Kampagnen miteinander vergleichen, ein toller Wert, den wir hier als Benchmark verwenden können, um einfach zu gucken, ja, wie fällt der zwischen unterschiedlichen Kampagnen aus, wie hoch ist da der Wiedererkennungswert. Als nächstes haben wir oben rechts den Ad Recall und hier sehen wir von der Nullmessung über den, ja, über die Gesamtdauer der Kampagne einen signifikanten Anstieg. Das sagt uns auf jeden Fall, dass die Kampagne wahrgenommen wurde, dass Otto in dieser Zeit als Anbieter präsent war. Genau, unten rechts, unten links rum, Vielfalt, einmal ganz zentral, also stellvertretend als Image-KPI, wie eingangs schon gesagt, das war die Vielfalt-Kampagne, also das heißt, hier war es ein breites Angebot von Produkten, ein breites Sortiment zu kommunizieren und hier können wir eben auch sehen, dass dieses Kommunikationsziel erfolgreich in den Köpfen verankert wurde. Als vierten und letzten Punkt haben wir hier noch einmal die Intention to buy. Hier sehen wir keinen signifikanten Einstieg und nur einen leichten positiven Trend und um das auch nochmal einzuordnen, das ist in diesem Fall total das, was wir erwartet haben beziehungsweise es war eine Image-Kampagne, keine abverkaufsorientierte Kampagne, dementsprechend ist das hier total in Ordnung, dass wir hier einen kleinen positiven Trend sehen und das war genau kein KPI, den diese Kampagne direkt bespielt hat. Jetzt haben wir das Ganze natürlich nicht fortlaufend gemessen, um uns nur einen zentralen Wert anzugucken, sondern wir können das Ganze natürlich runterbrechen auf die einzelnen Phasen, auf die einzelnen Monate und wir haben das hier einmal in der Überblick der Phasen mitgebracht und wir sehen schön oben die Kampagnen Recognition baut sich über die verschiedenen Phasen stetig kontinuierlich auf, super. Wenn wir uns dann aber die anderen KPIs angucken, dann sehen wir in der Phase 2, das ist so um den Juni, Juli rum, sehen wir eine kleine Delle nach unten und da ist natürlich die Frage, was ist da los, können wir rausfinden, woran es lag und das bringt mich zu einem Punkt, den Dirk auch schon erwähnt hat und zwar den Mediadruck des Wettbewerbs. Wir sehen hier einmal basierend auf den Nielsen-Daten die Werbeausgaben von Amazon und die Werbeausgaben von Otto und wir sehen zwar, dass die Werbeausgaben von Otto im Juni, Juli ganz leicht zurückgehen, also etwas niedriger sind als zum Kampagnenstart, was wir aber auch sehen ist, dass gerade im Juli die Werbeausgaben von Amazon stark ansteigen und die von Otto meint Vierfaches übersteigen und ja, Amazon als Hauptwettbewerber oder ja, marktdominierend hat natürlich ganz andere Ressourcen, auf die es da zurückgreifen kann und bei so einem Wettbewerbsdruck ist es natürlich schwierig, dass die eigene Kampagne da dann tatsächlich durchdringt und ja, folglich kann man sich dann eben überlegen, wie man damit umgeht, ob man die eigene Kampagne in den nächsten Jahren potenziell in diesem Zeitraum ein Stück weit zurückfährt und das Budget anderweitig effizienter verteilt oder ob man eben sagt, man möchte da mithalten, man liegt gerade in diesem Zeitraum da noch bei dem Budget etwas drauf, damit man dann eben da direkt mithalten kann, also es gibt dann da verschiedene Strategien, wie man potenziell damit umgehen könnte. Genau, springen wir so ein bisschen in ein anderes Thema, was unser Tracking abdeckt und das ist, ja, jetzt geht es so ein bisschen eher in die Diagnostik, in die Kanäle rein und zwar können wir uns anschauen, welchen Anteil die einzelnen Kanäle am Kampagnenerfolg leisten, also das heißt, wie eingangs schon gesagt, wir lassen auch die einzelnen Werbemittel bewerten und können somit für die einzelnen Kanäle, also über die gemittelte Bewertung einen Impact Faktor bilden und hier haben wir dann die Möglichkeit, diesen damit zu verrechnen mit den Spendings, die auf die einzelnen Kanäle kommen und darüber können wir eben entmitteln, ob die einzelnen Kanäle eher überproportional oder eher unterproportional zum Kampagnenerfolg beitragen, gemessen am Anteil des Spendings. Und ein letztes Thema haben wir noch mitgebracht aus den Ergebnissen und das ist so ein bisschen eins meiner Lieblingsthemen auch, weil da wahnsinnig viel drinsteckt und das ist tatsächlich die Evaluation der einzelnen Werbemittel. Hier einmal dargestellt die vielen verschiedenen Werbemittel, die wir getestet haben, einmal über die Phasen, über die einzelnen Kanäle getestet und hier jeweils dann die Evaluation auf den verschiedenen Metriken. Genau, das Ganze haben wir heute einmal als Heatmap dargestellt, das heißt, wir können hier an grün immer sehen, welche Assets besonders gut auf ein Item einzahlen und welche da dann eben relativ gesehen dazu eher schlecht auf das Item einzahlen. Und es ist jetzt auf den ersten Blick erstmal sehr überladen. Wir gucken uns das natürlich auch mit den Kunden zusammen Phase für Phase beziehungsweise Monat für Monat an und steigen da auch ein und da steckt wahnsinnig viel drin. Das heißt, wir können verschiedene Werbemittel innerhalb eines Kanals miteinander vergleichen vergleichen. Wir können uns aber auch unterschiedliche oder verschiedene besondere Items rauspicken und schauen, welche Werbemittel es geschafft haben, dort besonders stark drauf einzuzahlen. Und hier haben wir, wie das Ganze aussehen kann, hier haben wir ein Finding mitgebracht und zwar sehen wir hier oben als Digital Out of Home ein Werbemittel, was besonders gut aktivierend wirkt, also die Lust einzukaufen, Lust zu stöbern, da besonders gut wirkt. Und zwar ist das ein Digital Out of Home, das ist das sogenannte Laufband Asset. Das gucken wir zum nächsten Schritt nochmal an. Wir sehen also hier, das hat super wunderbar funktioniert und wenn wir jetzt hier einmal runtergehen und in Phase zwei gucken, dann sehen wir wieder ein Asset, was tatsächlich ein sehr ähnliches Profil hat und auch wieder sehr gut aktivierend wirkt. Und das ist diesmal ein Social, aber es ist auch wieder das Social Asset, das Laufband Asset und die gucken wir uns jetzt noch einmal an. Ich spiele das hier einmal ab, zumindest das Digital Out of Home. Und zwar genau, wir sehen hier einfach ein Laufband, über das verschiedene Produkte laufen, aus ganz verschiedenen Kategorien. Wir haben eine kontinuierliche Bewegung und das ist eben ein Werbemittel, was gerade als Digital Out of Home auf der Straße die Leute sehr gut anspricht, was durch die Bewegung, durch die wechselnden Produkte so ein bisschen den Blick einfängt. Wahrscheinlich hier auch so einen kleinen Spannungsmoment immer mit reinbringt und eben dadurch eine sehr schöne aktivierende Wirkung schafft, Lust dazu macht, bei Auto 1 zu kaufen. Und das ist ein relativ schönes Beispiel dafür, wie wir von Phase zu Phase auch Ableitungen treffen können, gerade für die bestehende Kampagne, sehen können, welche Assets wirken auf welche Ziele ein und dementsprechend dann auch kann zum Beispiel die Aussteuerung der einzelnen Assets über die Phasen optimiert werden oder aber eben auch über die einzelnen Kampagnen kann sich angeschaut werden, was hat besonders gut funktioniert, was hat auf welche Ziele eingezahlt und was möchten wir hier in der nächsten Kampagne dann wieder nutzen. Genau, hier noch kurz als das Social dazu, in der zweiten Phase dann genau, kann man recht gut wiedererkennen, das gleiche Motiv hier und wie gesagt, zwei Assets, die sehr gut funktioniert haben und die eine sehr starke aktivierende Wirkung haben. Genau, das war es auch schon mit einem kurzen Einblick, da steckt natürlich wahnsinnig viel, viel mehr drin, das ist jetzt nur ein ganz kurzer Einblick hier auf die Zeit. Ich hoffe aber nichtsdestotrotz, dass klar geworden ist, wie gut wir hiermit wirklich granular die gesamte Laufzeit der Kampagne abbilden können und einfach ein Verständnis für die unterschiedlichen Phasen sammeln können. Wir sind hier sehr stetig immer mit Otto auch im Austausch, schauen uns an, was zum Beispiel die Medien Daten parallel machen, um da dann eben die Kampagne wirklich als Ganzes zu verstehen und die einzelnen Phasen und das eben hin von der Kampagnen Performance bis nachher wesentlich granularer bis zu den einzelnen Werbemitteln. Genau, das war es dann auch schon von meiner Seite hierzu. Vielen Dank erstmal. Wir haben jetzt glaube ich noch ein bisschen Zeit für Fragen, falls welche da sind. falls uns im Nachhinein noch Fragen aufkommen, kontaktieren Sie uns gerne. Ja, wunderbar, dann erstmal vielen Dank Johanna, sehr spannend und ja, vor allem auch schön, dass Otto uns da die Möglichkeit gegeben hat, das hier auch mal so ein bisschen zu präsentieren, was wir da machen für die. Genau, also im Chat sind jetzt zwischendurch keine Fragen aufgetaucht, deswegen jetzt als erstes hier mal die Frage in die Runde. Wie sieht es denn aus? Hat jemand spontan eine Frage? Ansonsten habe ich natürlich mir noch eins mehr aufgeschrieben für die Kollegen hier. Ich hätte eine Frage. Stefanie, Tanja hier, Tanja Seite. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe eigentlich sogar zwei Fragen. Die erste Frage ist, das Kampagnen-Tracking habe ich verstanden, war jetzt aber nicht kontaktbasiert. Genau, es ist nicht direkt kontaktbasiert, also schon in gewisser Weise, das heißt, wir messen immer die Wiedererkennung, wir fragen auch ab, wo die Wiedererkennung stattfand, auf welchen Kanälen, das heißt, theoretisch können wir einerseits dadurch alle Kanäle abdecken, auch in unseren Werbemitteln, auch in unseren Kontakten. Man muss natürlich so ein bisschen auch die Einschränkung dazu sehen, die Dirk auch genannt hat. Also wir haben jetzt keinen Opportunity to see oder ähnliche oder kein technisches Tracking. Wir haben aber natürlich trotzdem die Werte und wie sie sich auch gerade über die Laufzeit der Kampagne, wie sich verschiedene Touchpoint bewegen. Okay, danke. Dann habe ich noch eine zweite Frage zu den Kreationen. Wie werden die denn getestet? Das ist eine Online-Befragung, habe ich verstanden. Und die werden dann isoliert gezeigt, weil die Kreationen, Sie hatten ja vorhin gezeigt, das Digital Autophone Laufbahn, da habe ich normalerweise ein Umfeld oder auch bei Social habe ich ein Umfeld, aber Sie tun das Umfeld nicht nachbilden, das werden ja auch verschiedene Umfelder, sondern Sie nehmen das isoliert. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Genau, wir schauen uns das Asset an, wir spielen das eben aus und schauen dann erstmal ganz allgemein, Kontext ungebunden, ob das Werbemittel wiedererkannt wird, ob erinnert wird gegebenenfalls, wo es gesehen wurde und wir nutzen das zum Beispiel bei Socials, die natürlich auch nochmal so ein bisschen abkontextabhängig sind zum Teil, dass wir dann auch in der Bewertung so den Kontext ein bisschen simulieren, aber also quasi das Ganze in einem Rahmen darstellen, aber ja. Darf ich da einmal nochmal nachfragen, weil ich das super dran finde, weil im Prinzip würde ja jetzt nicht Digital Autophone Laufbahn drüber stehen, über dem, was Sie uns vorhin gezeigt haben auf dem Chart oder ich glaube dann bei dem anderen Stand als Social, wenn du was Social Laufbahn dann sieht es ja erstmal gleich aus, also um ehrlich zu sein können ich jetzt nicht erkennen, ist das Social, ist das PZ, ist das TZ, ist das Display Ad oder wie auch immer, also schreiben Sie dann da noch drüber, hier geht es jetzt um ein Digital Autophone. Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Wir prüfen das quasi so ein bisschen, ob erinnert wird, wo das auch stattfand, aber gerade auch für die allgemeine Bewertung lassen wir das einfach so als Werbemittel an sich auf der Komitex unabhängig. Herzlichen Dank. Gerne. Ja, vielen Dank Tanja für die spannenden Fragen. Hebt noch jemand die Hand? Herr Heidel, Sie haben auch eine Frage? Wir können Sie jetzt nicht hören. Ich weiß nicht, ob Sie noch gemütet sind oder können Sie leider immer noch nicht hören, Herr Heidel. So, können Sie mich jetzt hören? Jetzt läuft es, Gut. Eine Frage, welche Rolle spielt denn die Wiederholung? Also im Pritest habe ich ja letztendlich keine Wiederholungsmöglichkeit. Hier im Posttest habe ich ja die Möglichkeit, wiederholt etwas zu sehen. Wie viel, wie oft muss man so eine Kampagne gesehen haben, bis sie dann tatsächlich wirkt? Möchte da von euch jemand was zu sagen oder soll ich das mal aus Kampagnen? Ja, also ich glaube, es ist eine schwierige Frage, die wahrscheinlich ein bisschen weggeht von der Methode. Ich weiß aber, dass zum Beispiel es werden zwar wöchentlich quasi die Werbemittel getestet, die aktuell auch gelaufen sind, aber nun hat so eine große Kampagne wie die natürlich auch immer wieder Werbemittel, die kontinuierlich laufen. Also ich glaube, daran sieht man es dann, dass bestimmte Recognition-Werte hochgehen und die werden auch, glaube ich, im Verlauf der Kampagne immer mal wieder mit reingenommen, gerade so diese Key-Assets, um zu schauen, wie sich auch die Wahrnehmung dieser Assets über die Zeit verändert. Ich glaube, das ist vielleicht die Fragestellung, in die das geht. Wir haben jetzt keinen, wie sagt man, so schön Schwellwert, wo man sagt, also wenn das jetzt viermal gesehen wurde, dann wird das in jedem Fall wiedererkannt. Das ist nicht die Aufgabe des Trackings. Man sieht aber schon, dass eben mit zunehmender Laufzeit so eine Key-Visuals sich dann positiv entwickeln, in der Wiedererkennung, aber auch in der Bewertung. Das ist etwas, was wir aber auch aus anderen Forschungsbereichen kennen, was wir Menschen kennen, was wir gesehen haben, bewerten wir in der Regel ein bisschen positiver, als das, was irgendwie neu ist und neu auf uns einströmt. Also die Fragestellung ist natürlich sehr spannend und sehr wichtig. Ich möchte natürlich wissen, wie viele Kontakte brauche ich damit, was im Köpfen passiert. Um das wirklich zu erforschen, braucht man tatsächlich eine Studie mit einer Kontaktmessung, mit Kontaktwahrscheinlichkeiten, die gemessen werden, so genau wie möglich. Die Kollegen von Best for Tracking und Tanja Seithers kann erzählen, wie schwierig das ist, sowas zu machen, sowas zu berichten, zu analysieren und zu berechnen. Das kann man im Grunde machen. Das ist, würde viele normale Trackings überfordern, weil dann müsste drei Viertel des Fragebogens über Mediennutzung und selbst dann wäre man noch nicht mal so hundertprozentig immer sicher. Aber es ist eine wichtige Sache und deswegen gibt es auch Studien, die sich genau mit dem Thema beschäftigen oder die versuchen, da was herauszufinden, wie zum Beispiel Best for Tracking. Also um es vielleicht mal so ein bisschen zu sagen, also bei dem Kunden Otto, das ist eine Kampagne, die läuft über sechs Monate, die hat über 100 Werbemittel, wahnsinnig viele Kanäle, die gleichzeitig bedient werden. Wenn man das jetzt in so einem, also man kann Teile davon technisch messen, man müsste andere Teile über Opportunities to see abfragen und da muss man sagen, der Kunde Otto ist ja auch einer, der das seit langen Jahren macht. Die haben sich irgendwann davon verabschiedet, weil sie gesagt haben, das ist einfach, wird der Kampagne gar nicht mehr gerecht. Also der Aufwand, den sie betreiben müssten, um alle diese Kanäle und einzelnen Werbemittel tatsächlich sauber zu erfassen in ihrer Kontaktwahrscheinlichkeit, so wie Dirk sagt, das sind dann teilweise ja ewig lange Befragungen oder Messungen und ja, gerade die technischen Messungen haben dann auch Schwierigkeiten, weil die in bestimmten Wallet Grounds nicht funktionieren oder weil bestimmte Budgets in bestimmten Kanälen nicht groß genug sind und so weiter. Also alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen, dass das ist der Königsweg, in der idealen Welt haben wir das, in der Praxis ist das vor allen Dingen bei dieser fragmentierten Situation der großen Kampagnen fast unmöglich, das überall zu schaffen. Gibt es denn noch weitere Fragen jetzt hier in der Runde? Erstmal nicht, so wie es aussieht. Genau, wir haben jetzt ja auch die Stunde erreicht, haben jetzt genau eine Stunde uns mit dem Thema beschäftigt und ich würde sagen, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann beschließen wir die Runde hier für heute. Ich sage vielen Dank vor allen Dingen an die Referenten, sehr spannend, auch vielen Dank für alle Besucher, für die Zeit, die sie mitgebracht haben. Genau, wenn Fragen bestehen, ist natürlich jederzeit die Möglichkeit, sich auch im Nachgang zu melden, beim Herrn Engel, aber auch bei der Kollegin Joana Köhler und da noch mal genauer nachzufragen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Ja, und damit sage ich vielen Dank für heute und wünsche Ihnen auch einen schönen Resttag, einen wunderschönen Tag, hoffentlich mit einem Badesee noch heute Nachmittag. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ciao.